Diese wundervollen Klänge, diese phänomenalen, grenzgenialen Klänge, diese Klänge, mit denen jeder von uns, wenn ihr ganz tief in euer Herz schaut, wundervolle Erinnerungen verbindet. Diese wunderschöne Erfahrungen assoziiert, diese alltägliche Komposition, die einfach direkt ins Ohr geht und uns sofort mitfühlen lässt, die vermutlich, so ist es zumindest bei mir, ein wohlfühlendes, selbstzufriedenes Grinsen auf das Gesicht zaubert. Ich hoffe, euch geht es genauso und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, es ist wahr, wir spielen den Klo-Manager. Mein Name ist Arcus IP und ich bin bei vollster geistiger Gesundheit, denn gerade heute hat mein Psychologe gesagt, Arcus, ab sofort brauchst du keine Tabletten mehr schlucken. Ist das nicht wundervoll? Ja, wir spielen Klo-Manager. Könnt ihr das fassen? Ich kann es selber kaum fassen. Ein Spiel, was einfach sowas von großartig sein muss. Alleine der Titel, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Klo-Manager. Alleine was für Kreativität dort schon drinnen steckt. Was für kreative Köpfe an diesem Spiel beteiligt sein mussten. Ich habe da wirklich auf dem Pott gesessen, habe gerade Obama ins Weiße Haus gebracht und dachte mir so, Mann, was let's playst du denn mal, was let's playst du denn mal und wie es oftmals so ist, kommen einem auf der Toilette die besten Ideen und da habe ich mir spontan gedacht, ich bin in die tiefsten meines Inneren selbst gegangen, habe meine privatesten und intimsten Wünsche verglichen und musste einfach feststellen, dass es schon immer der größte Traum von mir war, der feuchte Fiebertraum eines Arcus LPs. Dass ich einfach Herrscher über sämtliche Scheißhäuser einer Stadt werde, dass ich der öffentliche Toilettenmonopol Dingsbums Kartoffelsalat werde, dass ich einfach nur aus Scheiße Gold mache, genauso wie Dieter Bohlen. Das war schon immer ein Traum von mir und diesen Traum, der in der Wirklichkeit sehr schwer zu realisieren ist, weil öffentliche Toiletten meistens von der Öffentlichkeit auch betrieben wird, also von Städten an sich, der Gemeinde etc. pp. habe ich mir gedacht, dass ich diesen langgehigten Traum in diesem Videospiel ausleben kann, zusammen mit euch und ich werde es tun. Wenn wir uns alleine nur den Hintergrund anschauen, der Hintergrund, der einfach durch seine Schlichtheit beeindruckt. Er springt einem förmlich ins Gesicht. Darstellen soll er wahrscheinlich die tömpelhaften Versuche von Graffiti-Kunst an öffentlichen Toiletten, wie man sie zuhauf zieht. Es fehlt eigentlich nur noch, habt ihr die Nummer von der geile Hure? Das lese ich nämlich andauernd. Aber so weit haben die Entwickler leider nicht gedacht. Naja, ein Grundschulkind mit Paint könnte das wahrscheinlich deutlich besser hinbekommen, aber gerade die Schlichtheit, die Einfachheit, zeigt einfach, was für ein Gewerbe dieses Spiel gerade... ich laber scheiße. Aber das passt zum Spiel. Das ist das Wunderbare. Ich kann meiner, ja, meiner Kotterschnauze freien Lauf lassen. Ich kann wohl gerne daherreden. Ich kann einfach losplappern, bis mir der Hals stecken bleibt. Und keiner kann mir einen Vorwurf machen, denn dieses Spiel bietet mir die allerbesten Vorlagen für sämtliche Witze über Kacke. Ich kann es kaum fassen. Es ist ein Traum. Ein Traum, der wahr wird. Es ist... Ach, ich kriege gleich Tränen in den Augen. Ich weiß nicht. Mir fehlen die Worte. Wird dieses Let's Play in die Annalen eingehen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir starten doch direkt mal ein neues Spiel. Wir können ja auch in die Optionen gehen. Was steht denn da? Computergegner im Einspülermodus. Ha, erstmal tolle Wortwitze. Das muss ich den Entwicklern ja lassen. WC-Reiniger. Ein leichtes Spiel für den Anfang. Hat nur Scheiße im Kopf und ist fast so dumm wie sie. Super. Hey, Daumen hoch. Es ist immer gut, wenn man seine eigenen Käufer beleidigt. Das, das, äh, das schafft Vertrauen. Da kaufe ich mir doch direkt den Nachfolger, wenn ich beleidigt werde. Mr. Methan. Eher ein Gegner für Fortgeschrittene. Kneifen sie ihre Backen zusammen und viel Glück. Herklole, was auch immer Herkules. Ein harter Brocken für Könner. Wenn sie sich nicht anstrengt, spült er sie einfach runter. Ja, das klingt, äh, wir werden mal den mittleren Schwierigkeitsgrad nehmen. Mr. Methan klingt wie ein Superheld. Vielleicht eine übergroße Kuh, die ganz viel Methangase produziert. Wir starten das Spiel. Wie viele Spüler? Joa, machen wir mal zwei. Ein Konkurrent reicht, glaube ich, ja. Name von Spüler 1. So, jetzt habe ich natürlich ganz, ganz lange überlegt, denn ich bin ja ein Spezialist dafür, dass ich mich für meine Let's Plays vorbereite. Als professioneller Let's Player, äh, ist das natürlich meine Pflicht, meinen Zuschauern gegenüber professionelle Let's Plays, äh, äh, professionelle Let's Plays zu bieten. Von daher habe ich mir ganz, äh, den findigen Namen ausgedacht, der einfach nur passend zu diesem Spiel ist. Und zwar ist es Arkus. Ich weiß, ähm, relativ, äh, ihr fragt euch jetzt natürlich jetzt, wie ich darauf gekommen bin, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Das ist, da müsste ich zu weit ausholen. Wir wollen ja auch langsam mal in ein Spiel einsteigen. Name von Spüler 2. Wer könnte denn mal mein Gegner sein? Hm, 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 hm. Hier, warte mal, Shit Gordon, so, ich hab keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, da muss man mein Gehirn fragen, aber das antwortet selten. So, Spielziel, da können wir ein Spielziel auswählen. Okay, reichen des Ranges Klo-Manager, erwirtschaften von, äh, bin ich gut in Mathe, Besitz aller Toiletten der Stadt, Verleihung aller Auszeichnungen, erreichen des maximalen Forschungsstandes, Besitz einer Toilette in jedem Stadtviertel, das meiste Geld nach Runde 10, höchster Rang nach Runde 10. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Rang des Klo-Managers an, denn das wäre auf jeden Fall ein Rang, mit dem ich mich gerne schmücken würde. Ich meine, äh, auf dem Schreibtisch, ein Diplom-Klo-Manager, wenn dann deine Freunde vorbeikommen, sagst du, yeah, yeah, bin Klo-Manager, willst du mal meine Toilette benutzen? Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, danach fühlst du dich besser als nach Sex, äh, ich meinte natürlich nach, äh, Beischlaf, weiter. Äh, Konsumverhalten, äh, spendabel, sparsam, geizig, machen wir mal Zufall. Zufall, Empfänglichkeit für Gerüchte, ich dachte erst Gerüche, das würde natürlich auch zum Spiel passen. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei einigen Mitbürgern, die dort die Toiletten benutzen, einiges an Gerüchen entstehen wird. Wir machen mal Zufall. Äh, Kurzanleitung Büro, scheißegal. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, es ist blind, ich habe es nur mal gesehen, ich weiß, damals auf einer Bravo-Screen fahren, das war eine total bunte Spielezeitschrift, mit allerhand Themen für alle Konsolen und PC-Spiele, richtete sich eher an das junge Publikum, war deshalb auch, äh, sehr einfach geschrieben und halt auch relativ bunt, aber da war immer eine CD bei, mit Demos und allerhand anderen Scheiß. Und da war unter anderem auch damals irgendwann eine Demo vom Klomanager dabei, wobei ich weiß, kommt das Spiel aus dem Jahre 2003, ich würde es jetzt aber nicht beschwören. Ähm, ja, gut, reden wir doch lieber mal über das Spiel. Ähm, da, also, was mir ja zuerst auffällt, ist die bestechende Grafik, mit denen das Spiel mich versucht, direkt in die Atmosphäre hineinzuziehen. Ähm, ganz stilecht, äh, Toilettensitz ist ja ganz klar, das muss natürlich sein, ich kann hier sogar abspülen, das heißt, ich muss nicht mehr aufstehen, wenn ich auf Toilette will. Das, was sich jeder World of Warcraft-Spieler quasi wünscht, einen Toilettenstuhl, das ist praktisch. Hier haben wir Statistikkarte, Hinterzimmer, ähm, Optionen und Forschung, mehr haben wir hier nicht. Wir sind Kloputzer, das ist wahrscheinlich unser Rang, unser momentaner, das klingt nicht besonders gut, aber man muss sich ja auch hocharbeiten, äh, hoch, scheiß, oh Gott, nein, ich fang nicht damit an. Ich würde vorschlagen, wir suchen uns erstmal eine Toilette aus. Wann haben wir denn da? Rotlichtviertel, Preis, 490.000, äh, teuer, du. Das Rotlichtviertel ist die Anlaufstelle zum Ausscheiden von Körper... Das ist, das ist nicht der Ernst. Ähm, seriöse Akkus-LP, das Spiel muss man ernst nehmen, ne, denn obwohl das Spiel Clomanager heißt, steckt dahinter eine durchaus komplexe Wirtschaftssimulation, ne, also, ne, Freunde, solle jetzt mal ganz hier suche. Das Rotlichtviertel ist die Anlaufstelle zum Ausscheiden von Körperflüssigkeiten jeder Art. Viele zahlende Kunden kommen hierher, wenn sie ein Becken benutzen... Oh Mann, ich müsste das normalerweise rausschneiden, mache ich aber nicht. Ah, ist doch sowas von Kacke. Ach ja, jetzt kann ich das sagen und es hat sogar Spielbezug, ist das nicht toll? Auch ein Kondomautomat wirft in dieser Gegend weitaus mehr Ertrag ab als in anderen Stadtgebieten. Unglücklicherweise reduziert der Alkoholkonsum in diesem Gebiet die Zielgenauigkeit der Kunden, folglich ist mit erhöhtem Reinigungsaufwand zu rechnen. Das klingt nach einer Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. Das klingt super. Die Piesel, Piesel, Pisse von den Leuten aufzuwischen, das klingt nach Arbeit und Arbeit ist... Gut. So, das ist unsere erste Toilette, wurde jetzt durch eine Fahne gekennzeichnet. Diese Stadt gibt es scheinbar nicht in der Wirklichkeit. Äh, ne, ne, weiß ich nicht. Rotlichtviertel 3. Das sieht ja hier schon mal, äh... Wow, mal ganz locker. Diese Geräusche hier, ne? Rolle, Samt... Ich kann mir jetzt hier Papier... Ich muss mich erstmal mit dem Spiel auseinandersetzen. Was haben wir denn da? Also erstmal ist das Menü sehr umfangreich, muss ich an dieser Stelle sagen. Dafür, dass wir eine standardmäßige Toilette nur einrichten, äh, ist das schon mal nicht von schlechten Eltern. Ich meine, Smaragd-Schüsseln, ich meine, da fühlt man sich ja wie der Papst, wenn man da auf die Toilette geht. Auf den Thron, quasi, den ich hier darstellen kann, wenn ich möchte. Wir fangen natürlich klein an, also holen wir uns erstmal eine Keramik-Schüssel. So, dieses komische... Das kommt irgendwie andauernd. Ich weiß nicht, warum bei der Test auch nochmal was aus. So, und es flickert jetzt da unten so komisch, es flackert. Ey, das ist richtig toll, das Spiel. Ja gut, ich spiel's auf Windows 7, ist wahrscheinlich nicht mehr dafür ausgelegt. Ist mir kackegal. Kaufen. So, und Spülmann. Eine Brille, die Spülmann heißt. Das ist, äh, passt. Das ist okay. Was ist denn ein Schüsselfluter? Ne, das ist eine Spülung. Ah ja. So, dann können wir unsere erste Toilette mal einrichten. Den Preis machen wir mal auf einen Euro. Wir müssen bedenken, wir sind im Rotlichtviertel und die armen Freier haben ihr ganzes Geld bei irgendwelchen brasilianischen Frauen, die eine Dienstleistung ausführen, hinterlassen. Und, äh, darum müssen die natürlich sparen. Ein Euro ist okay. Ich würde auch privat nicht mehr zahlen. Dafür, dass die Toiletten stinken wie, 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 weiß ich nicht, wie Schmock. Äh, ich geh sowieso nicht gerne auf öffentliche Toiletten. Daher habe ich mir das jetzt zur Aufgabe gemacht, in diesem Spiel öffentliche Toiletten zu schaffen, zu der selbst reiche Leute gerne zu Besuch kommen. Ach, das klingt nach einem schönen Werbeslogan. Mal gucken, ob ich sowas auch hier einrichten kann. Ach, ach, Mann. Rolle. Was haben wir da? Baumwolle. Samt. Ach ja. Für den ganz anspruchsvollen Popo. Seide. Ach ja. Für die Damen. Nerz. Das sieht schmerzhaft aus. Und keine. Wir nehmen Papier. Wir müssen sparen. Ich glaube, die haben auch nicht mehr so hohen Anspruch, nachdem sie alkoholisiert in die Toilette kommen und dort sämtliche Körperflüssigkeiten loswerden wollen. Ja, mhm, schön. Ja, die Brille besticht schon mal durch ihr schlichtes Design und die herausstechende Farbe, die auf jeden Fall nicht augenkrebserregend ist. Nein, das täuscht. Schüssel, Keramik, Spülung, Sauberkeit, alles perfekt, die Mundi. Ja, unsere erste Toilette, Freunde der Sonne. Klatscht ihr jetzt mal in die Hand? Klatsch, 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 klatsch. Ich bin so stolz auf mich. Ich, ich weiß nicht. Aber wir müssen natürlich noch eine zweite machen. Hauen wir nochmal eine... Ja, pfui, du bist auch pfui. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses Spiel spielen will. Ähm, ich sag mal, ich spiele es so lange, wie ich Bock darauf habe. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel 50 Part spielen kann. Das bietet einfach nicht so viel. Aber ich muss dieses Spiel euch einfach jetzt mal näher bringen. Die Idee alleine dahinter in der Welt heutzutage ist es so, dass durch jedes, jedes gottverdammte Thema bekommt ein Tycoon-Spiel oder ein Manager-Spiel. Ist ja wirklich so, dass der Markt davon totgelaufen ist. Es gibt ja auch den Rotlicht-Manager. Aber der Klo-Manager ist sowas von absurd, dass ich ihn jetzt einfach mal spielen muss. Weil das ist einfach, das muss man einfach respektieren. Also ohne Scheiß. Da haben die sich wahrscheinlich wirklich die Birne zugesoffen, die Entwickler. Soweit ich weiß, waren das zwei Personen. Und haben das Spiel in der Nacht total breit einfach mal programmiert und auf den Markt geschmissen. Und ich weiß nicht, wie es sich verkauft hat. Aber so ein paar Hausmütterchen oder auch ein paar, weiß ich nicht, Omas, die ihren Kindern eine kleine Freude bereiten wollten zu Weihnachten, haben dieses Spiel bestimmt gekauft. So, da holen wir schon Schlüsselflüter. Denn die müssen ja auch irgendwie spülen. Da wäre es scheiße, wenn sie es nicht gönnen, ne? Spülung, Schlüsselflüter. Hier, ein bisschen zackig hier. Kann ich die Farbe nicht ändern? Das ist ja kacke. So, du hast zwei, reicht erst mal. Ach, hier ist ein Waschbecken. Dann können wir noch einen Handtrockner holen. Das muss ja sein. Ich meine, wenn die die Hände voll mit, äh, ihr wisst schon was habt, ne? Da muss man auch mal die Hand trocknen. Seifenspender, ja gut, machen wir auch nochmal. Kostet ja nur 150. Sieht so ein bisschen aus, wie ich möchte. Sieht aus wie eine Bohrmaschine oder so, aber... Kondomautomat, ach, das darf ich nicht weg... Ach, scheiße. Nicht genug Kohle. Lichtschranke, wozu brauche ich das denn? Ja, im Rotlichtviertel könnten schon ein bisschen kriminelle Machenschaften hier Unwesen treiben. Na gut, wir gehen mal zurück. Ich gucke mich mal in meinem Büro, um was ich da eigentlich noch alles erledigen kann. Das zeigst du jetzt bitte nicht mehr an. Forschung. Ich kann tatsächlich an Toiletten forschen. Das ist schön. Während überall noch Menschen an Krebs, Aids und anderen Krankheiten sterben, forschen wir weiter daran, wie man die Toiletten optimieren kann. Das ist, äh... Ja. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Margarine Fett enthält. So. Wie viel Geld wollen Sie für die Forschung investieren? Joa, wollen wir mal, ne? Brillen. Was ist das denn für ein Schwachsinn, ey? Ich glaube, mehr als drei Parts schaffe ich nicht. Option, da kann ich aufhören und speichern. Oh, Hinterzimmer. Spionage. Das Gesundheitsamt ist sehr gut gelaunt. Max kaputt. Rudi Randale. Theo Trümmer. Kotz Kurt. Also für diese Namen, da komme ich auch drauf, wenn ich ein paar Minuten drüber nachdenke. Also das ist nicht so besonders kreativ, ne? Statistik. Arco Shit Gordon. Ach, du ahnst es nicht. Ja, wir sind auf gleicher Stufe jetzt, oder was soll das bedeuten? Ich schicke das nicht. Vielleicht sind ja Experten unterwegs, die dieses Spiel gut kennen. Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich den Tag irgendwie beenden? Fertig. Ah! Dann beenden wir den Tag und auch gleich den... Ja, hör mal auf zu spülen, Mann. Dann muss ich gleich wieder auf Toilette. Äh, Handtrockner, ja. Seifenspender, ja. Kondomautomat, nein. Klo ein. Spartanisch, Spartanisch. Gäste 742 an einem Tag. Was zur Hölle ist da denn für eine Laufkundschaft im Rotlichtviertel? Holy Shit. Die meisten von denen, die machen ihr Geschäft doch schon in der Frau. Naja, gut. Äh, Gewinn von Parzelle 1. 1477... So, klick mal, ich schläge. Oh, aber wieder, aber hier, 500.000. Also, so kann man nix gegen sagen, ne? Das ist auch sehr schön, dass wir jedes Mal, wenn wir einen neuen Tag beginnen, durch diese lieblichen Klänge begrüßt werden. Ha, ich glaube, ich werde einen Wecker programmieren, der genau diese Geräusche verursacht. So, Freunde der Sonne, ich würde sagen, das ist als Einstieg erstmal genug. Im nächsten Part geht es weiter mit dieser feuchtfröhlichen Abenteuerreise. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dieses Projekt, diesen kleinen Ausrutscher, den ich jetzt einfach mal bringen muss. Einfach aus Spaß. Drei, vier, fünf Parts wird es wahrscheinlich geben und dann habe ich auch keinen Bock mehr. Aber ein bisschen Spaß werde ich auf jeden Fall damit haben. Und ja, ich gehe jetzt auf Toilette. Ich hoffe, ihr müsst jetzt auch mal ganz dringend. Und, äh, ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.